hey leute und herzlich willkommen zu einem kleinen info video wie ihr seht ein level 30 ich wollte nur bescheid geben heute abend gegen kurz vor 18 vor 8 5 vor 8 25 uhr sagen wir so stream auf twitch kommt vorbei ich würde mich freuen wenn ihr vorbeikommt wir werden auf dem ruby server die mondys farm was haben wir denn hier alles was ich noch gucken die events ob die sich verändert haben aber ich glaube nicht ich gucke so lange und dann zehn vor acht auf youtube zehn vor 20 uhr auf youtube auf twitch kommt vorbei